Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal. Ah, ich habe schon wieder keine Ahnung, was wir getan haben. Es ist leider so und die letzte Aufnahme ist gar nicht mal so lange her. Aber ich bin müde und hatte die letzten Tage sehr viel mit... Äh? Welcher Rohstoff ist denn hier neu? Äh, ja, wie gesagt, ich bin müde, hatte die letzten Tage sehr viel mit meinen ganzen Hausarbeiten zu tun und... Ne? So und nicht anders. Deswegen... Versänger. Habe ich gegen sowas schon gekämpft? Ah ja, stimmt, das war eine Kackmaschine beim letzten Mal am Ende, ne? Ja, ich erinnere mich. Vor allem jetzt fand ich mir, was ich dazu gemacht habe. Gut, ähm... Scheiße, das ist nur so eine Feuerbrennwurzel. Genau, und ich will hier jetzt die Jäger suchen. Da weiß ich noch, dass es mir darum ging, die Jäger zu suchen. Juhu, ich kriege Heilung. Ich muss mal gucken, Inventar... Ach nee, Herstellung. Fallen. Draht, Metallgefäß und Zünder. Achso, nee. Äh? Wofür braucht ihr nochmal die Wachswurzeln? Achso. Ja, seht ihr, hier... ...stelle ich mal alles her. Eventuell kann ich die nämlich teurer verkaufen, als die Rohstoffe dazu. Also ich habe die jetzt wirklich nur alleine aus dem Gedanken heraus hergestellt, dass ich die eventuell verkaufen kann. Wo lang muss ich eigentlich? Ja, gut, links ist eine Straße. Wie mal die. Achso, den Busch hier kann ich nicht aufheben. Weil es kein Rheinholz ist. Es ist nur Schmutzholz. Gut, aber was man hier so in den Frozen Wilds an Heilungen findet, das ist, äh, beachtlich. Und meine Güte. Also, okay, da vorne ist so ein Turm nochmal. Und außenrum sind Maschinen. Böse Maschinen. Ähm, ja, die letzten Tage, beziehungsweise vor allem gestern, kam ich aus der Dusche und dachte mir so, boah, ich will so unbedingt wissen, wie es mit Horizon weitergeht. Ich will wissen, wie... was das Projekt Zero Dawn ist. Dämonischer Panzerwanderer. Hatte ich, ähm, den Läufer schon? Ja, gut, das ist der, den ich glaube ich als erstes bekommen habe. Was ich probieren will, ist, dass ich das Ding vielleicht überbrückt kriege. Der Turm muss beseitigt werden. Ich wollte mich jetzt eigentlich um den Turm kümmern. Okay, die haben Schwäche gegen Abriss. Ups. Aber auch nicht so stark, wie man es befürchten könnte. Achso, Vorteil Schock. Mhm. Was macht Kampfi? Kampfi macht Schock. Alles klar. Ups, wo ging der hin? Au. Oh, krieg ich dieses scheiß Feuer mal ausgerüstet hier. Hallo? Ja, ey, Leute. Nicht schlagen. Schießen. Nee, das hilft nix. Okay, ich muss den Turm zerstören. Das ist ja schon wieder spitzen, die Kacke. Hallo? Hallo? Ey, Leute. Überbrücken. Meine Fresse. Sie tut halt nix. Das ist unglaublich. Weißt du, ich mach hier Eingabe und nen Scheiß macht sie. Echt, was soll denn diese Kotze? Gleich ist das Spiel wieder aus. Das könnt ihr wissen. Ich muss zum Turm kommen. Nicht unterrufen. Ich muss zum Turm kommen. Ich muss zum Turm kommen. Da bist du selten dämlich nur So tot Da bist du okay, da sind wir nicht mehr da ja ja lass dich schlagen wenn ich in der Brücke nütze ich die Krüse selbst So. Tod, du dreckige Sau. Die Impulse müssen aufhören. Das sollte hilfreich sein. Das sollte hilfreich sein. Das sollte hilfreich sein. Hallo, ja, Eloy, klar. Ja, ist alles richtig hier. Machst du super, hast du fein was gekonnt. Ich muss den Turm überbrücken. Kontrollieren. Halt die Schnauze! So. Ende. Meine Fresse. Eloy hat sich schon selten nämlich gerade angestellt. Ohne Scheiß. Okay, da kriege ich nichts mehr raus. Gott, ey. Das war halt gerade schon richtig übel, wie schlecht hier die Steuerung funktioniert hat. Meine Fresse. Ich hoffe, der Turm bleibt jetzt auch auf meiner Seite. Die Sache ist halt auch... Ich durfte den Turm nicht zerstören. Ich habe den Turm ja angegriffen. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe darauf geschossen. Nichts ist passiert. Weißt du, der Turm von der Story Quest, den... Wobei man den Story Quest auch ein bisschen weit auslegen kann. Den habe ich angegriffen, den habe ich zerstört. Super. Der hat ja gar kein Leben verloren. Weißt du, bei dem kannst du hier oben drauf schießen normalerweise, ne? Und dann sollte der ja Leben verlieren. Aber da war ja gar nichts. Und sowas ist halt wirklich nur dumm. Wirklich, der nächste Turm, den ich sehe... Da greife ich an. Weil das... Das hat gerade echt gar keinen Spaß gemacht. Vorne sehe ich auf der Karte schon wieder so einen dummen Turm. Da scheinen wohl Burgrends vermisste Jäger zu sein. Ich bin jetzt echt zwei Türme quasi direkt nebeneinander. Aber wenn ich das schon sehe... ... Imperium... Kaputten Müll? verkaufen. Kaputten Müll. Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir legen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, viel voran. So. Erstmal überbrücken hier. So, was war jetzt die Quest? Erledige die Maschinen. Ah, der Schock klingt ab. Scheiße. Ja, der Schock klingt ab. Das ist so einer schon wieder. Ah, der Schock klingt ab. Wasser. Hey, ich bin immer noch sicher. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Ja, ich darf nicht ausweichen. Ich darf nicht, ich darf nicht rennen. Läuft ja wieder super hier. Alter! Meine Fresse! Ja, ich darf nicht ausweichen. Ja, ich darf nicht ausweichen. Ja, ich darf nicht ausweichen. Ja, genau. Alter, ich darf nicht ausweichen. Meine Fresse! Was soll die Scheiße? Alter! Alter! Aloy! Ja, genau. Ist doch richtig. Du machst Laune. Ich schieße ihm voll ins Gesicht und der Pfeil geht durch. Super. Ist doch herrlich, wenn sowas nicht funktioniert. Ich schieße ihn. Der Designer von diesen Scheißmaschinen erschießen. Meine Fress, wer kommt denn auf die Idee, so eine beschissene Kacke zu designen? Nein, ich wollte nicht mit dir in den Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Boah. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau, tschau. Ich wünsche euch noch einen Tag. Tschau. 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 Tschau.